Da sie kommt 5.20 Uhr klingelte mein Wecker und dem Moment, wenn der Wecker klingelt und ich so wach werde, denke ich immer, scheiß Idee, jetzt mal ich ja gestern noch erst um, naja, spät ins Bett, nee, früh ins Bett ging, heute früh ins Bett ging, wenn dann aber gleich der Sonnenaufgang zu sehen wird, dann denkst du dir wieder, hm, hat sich doch gelohnt. Das war gar nicht so lange her, dass ich sagte, dass ich zum Sonnenaufgang mal wieder an den Strand muss, ne, nun bietet sich das natürlich an, erstens soll heute ein sehr schöner Tag werden, das soll sehr klar werden, ist wieder jetzt schon auch und natürlich macht meine Schwester da auch gerne mit und möchte das auch gerne sehen, wenn sie schon mal hier ist. Guten Tag, es ist Samstag, nee, Quatsch, heißen wir, Leute. Guten Tag, es ist Donnerstag, der 17.03.2016. Und wir wollen uns den Sonnenaufgang angucken am Strand und Fotos schießen, natürlich. Instagram-Mission complete. Ach, mein Hund kackt. Oh Mensch, Cookie, der kann doch stolz sein. Oh, hohe Schneeglöckchen. Das macht Cookie immer, davor rennen. Kannst sowieso unscharf seh' gerade. Naja, habt ihr die Schneeglöckchen halt unscharf gesehen. Mone geht zum Bäcker. Das ist der einzige Bäcker, der um die Zeit schon offen hat hier. Alle anderen machen erst ein 7 oder später auch. Grüß Gott. Jetzt hab ich gar nicht mehr aufgenommen nach dem Strand. Aber jetzt sollte ich aufnehmen, wie ich schlafe nochmal. So, und jetzt muss ich zur Arbeit, hab nämlich 12 Uhr Schicht. Und wieder bis abends, also wird dieses Vlog noch kürzer als das von gestern wahrscheinlich. Aber wir werden sehen, ich weiß jetzt nicht, weil ich noch erzählen soll. Und bevor mir das Nase sauge, wünsche den Damen viel Spaß. Und bis später. Oh, wartet ein Tag. Ich bin völlig im Arsch. Ich habe gerade zu Mone schon gesagt, dass ich nur noch die Files importieren werde und dann nicht mehr arbeiten werde. Und dann ist mir aber eingefallen und dann meinte sie auch, dass ich heute endlich gar nichts aufgenommen habe. Jetzt ist es, weiß ich nicht, spät. Um 12 Uhr. Ja, und ich kam wirklich gerade erst von der Arbeit. Und um 8 Uhr muss ich ja morgen schon wieder anfangen. Das heißt, ich muss auch... Spätestens um 6 Uhr aufstehen. Und das ist aber schon spät, weil du schon, so muss ich auch... Naja, aber ich bin echt verledigt heute. Tut mir leid, dass ich nicht mehr aufnehmen konnte, aber wann? Das ging halt nicht. Ähm, ja, von daher... Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Sie fällt mir nicht, bin echt unzufrieden. Das ist scheiße, wenn ich nicht filmen kann, dann... Ja, das ist eben, wenn man so blöde Schicht hat und alles, ne? Hm. Naja, ich fällt mir nicht. Aber kann ich auch nicht ändern. Und das ist schon... -